Ich grüße euch, meine edle Dame, Aramis ist mein bescheidener Name. Freund Portos sitzt ohne Franc in einer Schenke. Er ist blanc, äh blank, also Geld ist, das er dringend braucht, weil sein Schankwirt schon vor Zorne raucht. Drum will Geld ich ihm jetzt schicken, am besten auf des Windes Rücken. Verehrter Diener einer Monarchie, am schnellsten geht es so nie. Mit Onlinebanking, guter Mann, kommt euer Geld viel schneller an. Onlinebanking klingt nach Teufelszeug. Mein werter Freund, so macht man's heut. Schaut, wenn ihr hier tragt ein die Daten, muss euer Freund nicht lange warten. Sogleich ihr's abschickt, kommt es an. Das ist ja was, mein lieber Mann. Warum dann Geld verschicken auf die alte Art? Mit Onlinebanking geht es schnell und smart. Wenn ihr das Onlinebanking angenommen, seid ihr im Hier und Jetzt auch angekommen. Sog. Ich DAYung. Sog. 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 Vielen Dank.